Christus Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Frauen, Kommet, das liebliche Kindlein zuschaun. Christus, der Herr, ist heute geboren, Den Gott zum Heiland euch hat erkoren, Fürchtet euch nicht. Lasset uns sehen in Bethlehems Stall, Was uns verheißen, der himmlische Schall, Was wir dort finden, lasset uns günden, Lasset uns preisen in frommen Weisen. Halleluja! Weil ich die Engel verkündigen heut, Bethlehems Hirten voll gar großer Freude, Nun soll es werden, Frieden auf Erden, Den Menschen allen ein Wohl gefallen. Ehre sei Gott! Ehre sei Gott! Und wenn ich die Engel verkündige, die Engel verkündige, die Engel verkündige Zerm Sitzung, Untertitelung des ZDF, 2020